Auf dem Test-Server wurden die neuen Patch-Notes 1.108 hinzugefügt, es gibt aber eine kleine Änderung. Normalerweise ist es ja immer so, die Patch-Notes finden hier auf dem Test-Server statt und einen Tag später haben wir dann das Update. In dem Fall ist es nicht so, hier startet es dann am 29.01., es ist dann der Sonntag. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei uns auf den globalen Servern sein wird. Dort ist es ja normalerweise so, Montag-Patch, Dienstag-Update, vielleicht gibt es da auch eine kleine Verzögerung. Kann dann aber natürlich auch sein, dass es dann bei uns auf den globalen Servern wie gewohnt alles stattfinden wird. Nur als kleine Erinnerung, nicht, dass sich dann morgen ein paar Leute von euch wohnen, dass dann kein Update-Video kommt. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich jetzt irgendwie verschrieben haben oder so, aber gehe ich persönlich jetzt eigentlich nicht davon aus, dass das der Fall ist. Beginnen wir mit dem neuen Helden, den wir erhalten werden. Es ist natürlich auch in diesem Patch so, dass wir einen neuen erhalten und zwar wird es ein Wildvolk-Held. Auf Deutsch Tamrus, der Dschungelwanderer, bin ich mal gespannt. Klingt eigentlich ganz interessant, was wird der für eine Klasse haben, wie wird der aussehen. Auch da wird es natürlich dann wieder die Möglichkeit geben, den für drei Tage Test zu spielen. Genauso wird es dann auch die Gilden und die ertragreichen Prüfungen für Tamrus geben. Und dann sind wir hier jetzt bei Punkt Nummer 1 angekommen und zwar startet hier eine weitere Test-Season für die Jagdgründe und dort wurden auch wieder ein paar Änderungen vorgenommen. Eine Änderung dieser Sachen ist, dass zum Beispiel ein neuer Erfolg hinzugefügt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass es dieser Erfolg ist, den wir dann bekommen, wenn wir insgesamt 10 Zuschauer in unserer Runde haben. Da können wir dann auch noch einen Aufkleber beanspruchen. Klingt eigentlich mal ganz interessant. Erfolge sind sowieso ganz gut, denn wenn man diese Leiste füllt, erhält man ja ein paar Diamanten. Deswegen nimmt man das natürlich ganz gerne mit. Dann wurde im Zuschauermodus noch eine neue Seite namens Buddies hinzugefügt, die die Jagdteams aller Freunde und Gildenmitglieder zeigt. Dann wurde noch die Gesundheit des Bosses angepasst. Es gibt noch eine Änderung mit den Quests, da wurde die Schwierigkeiten ein bisschen erhöht, die dann natürlich abgeschlossen werden müssen, um die Belohnungen einzusammeln. Dann gehen wir weiter zu Punkt Nummer 2. Hier erhalten wir eine neue Season Heroes of Isperia. Finde ich auch immer ganz cool. Nices PvP-Event. Gibt viele Belohnungen, die wir einsammeln können. Auch hier gibt es wieder ein paar Änderungen. Und zwar wurde der Kampfeffekt Rampage hinzugefügt. Weitere Details können wir dann im Spiel sehen. Und die Division Stars wurde hinzugefügt und die Belohnungen für Master und höhere Ranglisten erhöht. Auch hier weitere Details können im Spiel eingesehen werden. Also müssen wir dann warten, bis das Ganze hier auf dem Testserver gestartet ist. Dann gehen wir weiter zu Punkt Nummer 3. Hier wurde ein neues Feature für die Jäger-Notizen hinzugefügt. Dort können wir dann daran teilnehmen, wenn wir Kapitel 33 abgeschlossen haben. Und in den ersten 28 Tagen gibt es dann auch wieder ein paar Belohnungen. Ich hoffe, auch dort sind dann wieder Zeitembleme dabei. Gehen wir weiter zu Punkt Nummer 4. Hier startet das Poetische Popquiz auf dem Testserver dann am 01.02.2023. Finde ich persönlich immer ein ganz cooles Event. Gibt nice Belohnungen und man kann ein bisschen was rund um AFK Arena und die Helden erfahren. Punkt Nummer 5. Hier haben wir eine neue Reise der Wunder. Dazu wird es dann natürlich auch wieder ein extra Video geben. Natürlich auch bei den Poetischen Popquiz zu jedem einzelnen Tag gibt es auch dort wieder die Lösungsvideos. Bei Nummer 6 haben wir dann einen neuen Wandernden-Ballon, der hinzugefügt wurde. Dort können wir dann daran teilnehmen, wenn wir Kapitel 37.20 abgeschlossen haben und 60% von dem Ballon davor. Punkt Nummer 7. Eine neue Runde im Nebeltal startet dann auch wieder. Auch hier gibt es immer ganz coolen Nut, den wir sammeln können. Und Punkt Nummer 8. Hier gibt es ein Promo-Video mit der erwachten Belinda. Das können wir uns dann anschauen. Ich denke mal, das wird entweder 20 oder 60 Sekunden gehen. Dann können wir das überspringen und erhalten dann Belohnungen. Ich hoffe, auch hier sind Zeit-Embleme dabei. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass da einfach irgendwie nur 1.000 oder 500 oder 2.000 Diamanten oder sowas rauskommen. Müssen wir einfach mal gucken. Das startet auf dem Tester aber dann auch hier am 1.2. Und dann können wir nochmal weiter zu Punkt Nummer 9. Hier haben wir dann die Änderung für die spannende Reise. Das wurde ja schon angekündigt im Entwicklerbericht. Da habe ich ja ein Video zugemacht. Und zwar haben wir dort ja die Jäger-Notizen und die Fantastischen Biester. Und zwar ist es so, dass die Anzahl der Herausforderungen für die Huntersnoads und Fantastic Beasts unabhängig jetzt berechnet werden. Das war vorher anders. Das heißt, wenn ihr in den Jäger-Notizen irgendwie 10 Versuche an einem Kampf gemacht habt, wurden die auch bei den Fantastischen Biestern abgezogen. Das ist halt jetzt unabhängig. Das heißt, beide werden 80 Herausforderungen pro Woche haben. Und dann haben wir noch eine Änderung, die eigentlich ganz interessant klingt. Wenn sie Fantastische Bestien spielen, werden Bestien nicht mehr von der Stufe des Resonanzkristalls, des Abenteuers beeinflusst, sondern werden alle auf Stufe 360 gebracht. Also ich weiß nicht, ob ich es falsch verstehe, aber ich glaube Level 360 für eine Bestie ist schon ein bisschen viel. Im Endeffekt ist es aber halt so gemeint, dass wir jetzt alle dieselbe Stufe haben und dadurch soll das Ganze ein bisschen einfacher gemacht werden. Und an manchen Stages bei den Fantastischen Biestern, in dem Fall Scharlachschnee, gibt es noch ein paar Stages, die ein wenig einfacher gemacht wurden. Das soll es in dem Fall gewesen sein von den Patchnotes 1.108. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Update in die Kommentare. Ich bin dann am Sonntag echt gespannt, was uns dann erwarten wird. Eventuell sehen wir uns dann am Sonntag oder vielleicht auch schon vorher. Mal schauen, was da noch kommt. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.